Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Guten Morgen Trader, herzlich willkommen zur neuen Handelswoche. Heute mit einem Blick in US-Dollar, japanischen Yen, den DAX und das WTI. Das Ganze gleich live und wie immer auch die Bitte oder auch die Einladung für all die, die hier live zuschauen. Fragen gerne rein in die Chats auf GoToWebinar oder auch auf Facebook. Und allen hier Ludger, Gerhard, Hans, Elena und Reinhold. Danke für die guten Morgengrüße und die gebe ich natürlich sehr, sehr gerne auch an alle, die hier jetzt mit dabei sind, weiter. Gehen wir zuerst einmal auf den Risikohinweis ein. Sie wissen es, er ist den Gänze zur Kenntnis zu nehmen und der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ja, das haben wir jetzt unten drunter. Und dann haben wir die Termine, die Tagesnachrichten. Das Ganze hier heute auf der Uhr. Ganz so viel heute nicht. USA hat Feiertag. Das heißt, wir könnten möglicherweise einen etwas ruhigeren Handelstag bekommen, weil der große Impact fehlt. Man weiß nie, was kommt. Aber die grundsätzlichen Nachrichten sind erstmal die, wie wir sie hier haben. Kurz vor 10 gibt es in Deutschland den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. 10 Uhr dann den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in der EU. Und die Briten liefern auch und zwar um 10.30 Uhr den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Das also dazu. Und damit gehen wir in die Charts hinein. Ich hatte ja gestern schon das Research zum Lesen online gestellt. Da hatte mein dicker Finger auch im DAX die 120.000 Punkte Marke ausgerufen. Danke für diejenigen, die mich darauf hingewiesen haben in der Überschrift. Das ist mir zunächst gar nicht aufgefallen. Ist ein schönes Ziel, wenn man das hat. Ja, mal schauen, ob wir das jemals sehen werden. Man soll ja nie, nie sagen. Aber ich denke mal, heute und morgen kriegen wir diese Marke nicht wirklich auf die Uhr. Machen wir weiter mit den Handelsideen und starten mit der Währung hier im US-Dollar, japanischen Yen. Denn wir sehen es, die Währung weiter verortet in einem Abwärtstrend. Hier habe ich das mal abgekürzt in diesem Bereich hier. Das ist der große Abwärtstrend. Und wie immer gibt es hier im Tagesschat mal wieder eine Situation, wo wir auch untergeordnete Trendverläufe auch sehen können. Ja, und genau so ein Bild sehen wir jetzt hier entsprechend auch wieder, dass sich der Markt innerhalb der entsprechenden Korrekturen und Bewegungen trendförmig nach unten mit aufstellt. Was jetzt hier an dieser Stelle wichtig und interessant ist, ist dieser Trendverlauf, der hier im Gänze auch gleich ist. Das heißt, hier haben wir noch diesen Schwung nach oben und wieder nach unten gehabt. Das Tief hatten wir hier in der vergangenen Woche bei 104,449. Danach hat der Markt schön dynamisch auch nach oben angesetzt und interessanterweise wieder an einem Level gedreht, das doch gewisse Marktbeachtung hat. Hier, als sich dieser große, hier rot gekennzeichnete Trend nach unten fortgesetzt hat. Das ist das Level um die 106,8. Hier hat der Markt bisher immer wieder mit Verkäufen reagiert. Mittlerweile haben wir hier auch die Möglichkeit, eine leicht fallende Trendlinie auch einzuzeichnen. Das heißt, so richtig hoch will der Markt hier nicht. Wir hatten zwar immer mal Spikes gehabt nach oben hin, die könnten auch ohne weiteres wieder auftreten. Das heißt, hier zur Oberseite hin sollten wir mal die Hochs um die 106,679 beziehungsweise etwas oben drüber die 106,997 mit im Auge behalten. Aber die Sache ist die, wir sind eher nach unten orientiert momentan. Das heißt, wer hier mit dem Trend läuft, wir haben hier die Umkehrkerze schon bekommen am Freitag. Und das Ganze, wenn es sich nach unten fortsetzt, haben wir dann erst einmal hier den Weg unten rein ins Tief bei 104,449. Solche Charts mit dem Yen hatten wir auch schon öfter. Wir hatten hier das Spike Low. Das hatte ich ja schon oft avisiert, dass die Märkte wieder rumgedreht sind und diese Lows auch anlaufen. Und mittlerweile sind wir auch schon mal drunter gelaufen. Hier haben wir also eine Chance, dass der Markt von hier oben weiter nach unten läuft, das Ganze nach unten durchbringt. Und wenn wir uns die Situation hier mal im Kleineren anschauen, dann haben wir jetzt aktuell halt Marken, wo wir sehen, der Markt trendet schon mal wieder in Richtung des Tages. Das heißt, hier sehen wir es schön nach unten laufen, den Abwärtstrend. Hier im großen Bild das Ganze natürlich noch nicht ganz so sauber zu sehen. Da ist der Aufwärtstrend auch noch mit da. Das heißt, die Lage ist hier an der Stelle noch ein kleines bisschen tricky. Die der wichtigste Entscheidungspunkt ist und das habe ich deswegen auch markiert hier unten. Der Low-Bereich und die 105,6521. Das an dieser Stelle, wenn es gebrochen wird, wird dann endgültig den Weg nach unten auch öffnen. Das Ganze hier mitnehmen und dann haben wir den Markt wieder definitiv auf der Stubseite. Kurzfristig haben wir halt hier schon mal den Abwärtstrend hier laufend in der Stunde. Interessant wird es jetzt, was hier unten passiert bei 105,811. Das wäre mal der nächste Zwischenhalt. An dieser Stelle braucht man natürlich die Umkehr an dieser Seite. Also noch mal kurz zurück in den Tag. An dieser Stelle noch mal kurz zu zeigen, wo die Stunde herkam. Hier unten, das ist dieser Marker. Wenn man es mal sieht, hier ging es hoch, hier ging es runter in diesem Bereich hier unten. Und dann schob es den Markt richtig hoch. Das sind die unterschiedlichen Trendgrößen. Und je nachdem, welchen Zeitrahmen man tradet, braucht man die richtigen und wichtigen Marker. So, das wäre also das an dieser Stelle. Und wir machen jetzt weiter mit dem WTI. Also gehen wir mal zum Rohstoff rüber. Holger, guten Morgen. Also bei den Rohstoffen haben wir als Vertreter das WTI heute hier. WTI, ähnlich wie gerade auch in der Währung besprochen, in einem Abwärtstrend befindlich. Im großen Bild genauso wie im kleinen. Wir sehen es hier, das ist ein trendiger Markt nach unten. Das Ganze hier trendet mittlerweile auch nach unten. Und hier haben wir ein auch interessantes Widerstandslevel hier im Bereich des aktuellen Korrekturhochs. Dieser Zwischenbereich hier habe ich mal markiert. Knapp über den Daumen. 57,20 hier im Mittel. Wir haben hier die Low und hier die High Punkte. Aber wir sehen, dieses Widerstandsband ist einfach ersichtlich. Und hier haben wir auch eine fallende Abwärtstrendin. Also das zeigt uns auch hier, der Markt fängt immer früher an zu verkaufen. Und dann auch relativ dynamisch. Das heißt, wenn diese Kerze hier vom Freitag ihre Bestätigung durch weitere Verkäufe findet, dann ist der Weg nach unten hin erstmal wieder offen. Anlaufpunkte haben wir dann beispielsweise hier am Tagestief um die 53,71 beziehungsweise hier die Marke von knapp 53 Punkten. Nein, US-Dollar für das Barrel ist dann wieder da. Und dann, wenn das Ganze rausgenommen wird, dann haben wir die Chance einer Trendfortsetzung hier nach unten hin in den Schwangenbereich. Hier 50, 50, 51. Das ist ja der Bereich, als wir hier unten oder in dem wir hier unten schon mal reingelaufen sind und der auch hier drüben etwas Relevanz hatte. Also hier ist es meistens so, dass wir nicht einfach so gerade durchlaufen, sondern erst einmal auch dieses Hin- und Herspringen haben. Zumindest dann, wenn der Markt so bleibt, wie er aktuell auch ist, bricht die Marke. Gut, dann können wir uns deutlich weiter nach unten orientieren. Aber da stehen wir heute noch nicht. Heute stehen wir erst einmal hier oben nach dieser starken Umkehrkerze und hier atmet der Markt gerade etwas durch. Ich habe es auch mal markiert. Das ist so ein Spannungsbereich hier, so ein Supportbereich aus der Stunde. Das ist relativ gut im Stundentrend zu sehen, was der Markt hier macht. Ich zoome es mal kurz etwas näher, kurz zusammen, damit wir sehen, wo es ist. Also das ist ein Level, das sehen wir auch hier drüben. Das könnte ich sogar noch ein Stückchen weiter rüberziehen. Dieses Level, das hat immer mal, sage ich mal, Kontakt mit dem Markt gehabt. Hier hat der Markt mal drüber, mal drunter, also hin und her, Marktbeachtung gehabt. Hier das ganze Level natürlich auch. Und da stehen wir jetzt wieder mittendrin. Und hier muss man sehen, dass der Markt eine Entscheidung trifft. Wie schon gesagt, hier haben wir erst einmal den ersten Schub nach unten gehabt. Das Ganze auch leicht trendig gelaufen. Jetzt haben wir hier die Seitwärtsbewegung auf aktuellem Niveau. Wenn es nach unten weiter geht, dann setzt sich das Ganze dynamisch zur Unterseite fort. in Richtung der übergeordneten Trendlage an dieser Stelle. Und das Ganze hier in der Stunde gut zu sehen. Das heißt, hier die Richtung gibt der Tag. Die Stunde läuft mittlerweile wieder in den Tag. Und hier sehen wir auch im Tag zwei Trendgrößen, die ineinander laufen. Also wer sich hier auf die Schurzseite positioniert, läuft auf alle Fälle mal die Richtung des Marktes mit. Wir müssen nur sehen, wann es hier nach unten weiter geht oder aber, ob ein Abprall kommt. Und wenn wir hier doch einen Abpraller sehen, das ist das Ganze, was wir dann in den kleineren Zeiteinheiten auch betrachten können, wo es dann hingeht. Und dann sehen wir es. Hier haben wir die Range drinnen. Und wenn die Range nach oben gebrochen wird, dann haben wir halt die Chance, erst einmal ein Stück weit nach oben zu gehen. Möglicherweise hier in Richtung dieser Hochs hier oben bei 56,80 in etwa. Das wäre mal ein kurzfristiger Anlaufbereich. Und das ist dann etwas, was man gut und gerne auch in den kleineren Zeiteinheiten mit traden kann. Dann sieht man nämlich schön die Anlaufpunkte, die möglich sind. Und hier, sage ich mal, haben wir die Range halt da. Beziehungsweise es ist ein leichtes Dreieck mittlerweile, was man hier sieht. Leicht abfallen, leicht ansteigend. Wichtig ist, wenn der Ausbruch kommt, hier oben über die 55, ein paar Ende 30, dann haben wir eine Chance, erst einmal nach oben zu laufen. Und wie schon gesagt, die Punkte, an die es ranläuft, das sind halt die wichtigen Zahlpunkte, die man dann hier hat. Also wenn wir uns das mal kurz einzeichnen, hier an dieser Stelle zur Planung, dann haben wir hier erst einmal laufend diesen Trend nach unten. Das heißt, hier sehen wir den Abwärtstrend. Das ist das, was ich in der Stunde schon mal ganz kurz anskizziert hatte. Hier haben wir den Abwärtstrend. Und wie schon gesagt, das, was wir hier momentan sehen, ist lediglich die korrektive Phase dieser Richtung. Und wer hat dann überlegt, wenn es hier drüber geht, wo könnte es denn hinlegen oder hinlaufen, dann ist ganz klar zu sehen, Marken, die wir dann haben, sind erst einmal hier Ausbruchslevel. Das heißt, hier die Marke von 55, 75 in etwa. Und wenn es dann noch drüber hinausgeht, sehen wir es auch hier. Das ist der Bereich des aktuellen Korrekturhochs. Dann natürlich auch ein weiterer Punkt für das Kurzfristige, was wir hier auf der Latte mithaben. Und damit wechseln wir rüber zum deutschen Leitindex, den wir hier haben. Und da haben wir letzte Woche Freitag dann, wir haben ja morgens drüber gesprochen, was passiert ist. Hier die Marke von 11.860 ist überschritten worden. Es hat sich ein Aufwärtstrend gebildet. Wir haben hier unten eine inverse Schulterkopf-Schulterformation. Also das sind alles sehr, sehr positive Zeichen, die wir hier haben. Rein aus technischer Sicht schieben wir mal die ganzen fundamentalen Daten zur Seite. Haben wir jetzt hier einen Aufwärtstrend, der sich gebildet hat. Und wenn man mal diese Schulterkopf-Schulterformation einfach ausmisst, mal von hier unten nach oben drauf und schaut, wohin geht denn das Potenzial. Das sehen wir einfach, wenn wir mal diesen gesamten Measured Move hier nehmen und den oben draufsetzen. Dann haben wir mal einen Bereich von gut 12.400 Punkten. Und das Ganze wäre doch dann mal eine interessante Nummer. Jetzt haben wir auf alle Fälle erst einmal einen Aufwärtstrend. Jetzt kommt es halt darauf an, wie viel Kraft der Markt hier findet. Positiv zu sehen wäre es, ganz kurzfristig, wenn wir hier über das Hoch vom Freitag, was auch das aktuelle Bewegungshoch ist, bei knapp 11.989 Zählern drüber laufen. Das Ganze hier wäre dann sehr positiv. Erster Movepoint wäre dann hier die 12.175 Punkte Marke, als sich hier dieser Trend nach unten fortgesetzt hat, beziehungsweise hier oben diese Schulterkopf-Schulterformation quasi getriggert wurde. Das ist die Neckline hier oben, die Nackenlinie. Die wurde hier rausgenommen. Erster Anlaufpunkt, den hätten wir auf alle Fälle mal da. Und rein technisch, wie schon gesagt, Schatz hier oben ist auch so ein Trendhaken gewesen. Das wäre dann ein Bereich, den man durchaus auch anlaufen kann, wenn es positiv läuft. Auch das Dinge, die nicht in einem Tag geschehen werden. Zumindest würde mich das relativ stark wundern. Unmöglich ist ja heutzutage nichts. Aber wir müssen erst mal schauen, was ist. Die USA fehlen ja auch. Auf der anderen Seite könnte es natürlich kurzfristig erst einmal zu einem Rücksetzer kommen. Wir sehen ja hier dieses Ausbruchslevel um die 11.860. Das hat am Freitag gut geklappt. Das sieht heute so aus, als wenn der Markt das Ganze auch als, sage ich mal, Basis zumindest zum Handelsstart nehmen könnte, um weiter nach oben zu laufen. Aber wir dürfen einfach nicht aus dem Auge verlieren, dass wir durchaus auch einen Rücksetzer sehen können, ohne diesen Trend kaputt zu machen. Das heißt, nach unten hin wäre es erst mal interessant, wenn wir einen Rücksetzer bekommen. Was passiert am Tief vom Freitag hier? Das wäre die Marke von 11.841 Zählern. Und wenn wir uns dann weiter nach unten orientieren, haben wir hier den Tief, das eine Tagestief bei 11.629. Und dann haben wir hier unten den Support-Bereich um das Tief, wo der Markt letzte Woche Montag hier mit dem Down-Gap geöffnet hat und dann ordentlich massiv nach oben gelaufen ist. Und da hatten wir die Marke von etwas unter 11.400 Zählern. Und das ist dann nach unten hin. Also egal, was jetzt passiert, wir haben erst mal einen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend hat diesen Abwärtstrend rausgenommen. Das heißt, wir haben erst mal diesen Bereich verlassen. Und wenn es jetzt wieder zur korrektiven Phase kommt, wie schon gesagt, Potenzial nach unten ist genug da. Das muss aber nicht bedeuten, dass wir dann neue lossehen, sondern das kann auch genauso gut bedeuten, dass wir einfach nur eine Korrektur hier in diesem Aufwärtstrend ziehen und dann wieder nach oben starten. Also wir haben jetzt hier ein Bild, was deutlich positiv an dieser Stelle ist. Wir müssen nur schauen, was der Markt daraus macht. So, damit haben wir also auch den DAX an dieser Stelle besprochen auf der Tagesbasis. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal eben im Kleineren an. Und da sehen wir es hier, das, was hier schön nach oben mitgelaufen ist, das trendet weiter hoch. Wir haben hier, wie schon gesagt, die wichtige Marke drin, bei 11.840 Zählern, beziehungsweise 60 hier dieser Bereich. Der hat hier auch gehalten, wie schon gesagt, wenn es sich nach oben fortschwingt, haben wir schön den Aufwärtstrend der Stunde. Und das wäre doch positiv, wenn wir hier nach oben laufen. Kurzfristige Anlaufpunkte hier für das Intraday-Bereich hätten wir dann hier oben den Bereich an diesem Hoch. Ich mache das mal kurz etwas dünner. Die Linie ist etwas dick, die brauchte ich in der Grafik. Das heißt, Anlaufpunkt hier oben, diesen Swing-High, dieses kleine hier von diesem abwärtslaufenden Punkt. Und dann selbstredend natürlich das Tageshoch hier bei 11.989 Zählern. Das sehen wir hier, das Ganze, wie schon gesagt, mal in der Stunde für das kurzfristige und unten, wie schon gesagt, die Anlaufpunkte hatte ich ja auch genannt. Die wir hier im Falle eines Rücksetzers mit auf der Uhr haben sollte. Soweit zum deutschen Leitindex DAX. Und noch einen kleinen Ausflug mal in die Währung hier. Der Euro hat es mittlerweile geschafft, sich nach unten weiter zu platzieren. Hier die wichtige Marke von 1.11 ist definitiv aus dem Markt genommen. Wir trenden hier auch wieder abwärts. Stehen mittlerweile weit in einer Bewegung drinnen. Aber dieses wichtige Level, was wir gehabt haben, hat der Markt erst einmal rausgenommen. Wir notieren auch unter 1.10. Das heißt, an dieser Stelle ist der Markt weiter auf die Abwärtsrichtung gepolt. Und ich hatte das ja schon mal gesagt, was dann auf uns warten kann im Euro. Und dann müssen wir einfach schauen. Die nächste Unterstützung haben wir hier unten um die Marke von 1.08366. Das ist dieser Tiefbereich hier unten. Möglicherweise könnten wir zeitnah auch gleich dort reinlaufen. Müssen wir sehen. Wie ich schon gesagt habe, Bewegung ist weit gelaufen. Es könnte auch immer wieder einen kleinen Rücksetzer geben. Aber da halte ich hier die Zuschauer gerne auch auf dem Laufenden. Das also zum Start in die neue Handelswoche. Ich wünsche allen gute Trades. Sage vielen Dank für die Zeit hier am heutigen Montagmorgen. Macht mir immer sehr viel Spaß und Freude. und sage allen gute Trades bis morgen. Kurz vor dem Termin gibt es natürlich, also bevor wir hier wieder live gehen, den Blog-Eintrag freigeschalten, dass da jeder auch schon mal lesen kann, wenn er möchte. Und um 8.30 Uhr dann wie immer neue Handelsideen. Bis dahin eine gute Zeit und erfolgreiche Trades. Tschüss.